Wenn Fertigungsprozesse selbstständig miteinander kommunizieren und so eine überlegene dezentrale Produktionsintelligenz erschaffen, die innerhalb kürzester Zeit agiert, reagiert und optimiert, dann verschmelzen virtuelle und reale Fertigungswelt zu einem System mit bisher unbekannter Effizienz. Als führender Werkzeugmaschinenhersteller treiben wir die Entwicklung dieser Systeme konsequent voran und forschen an Werkzeugmaschinen für die Industrie 4.0. Mit Hilfe von über 60 Sensoren beobachten und bewerten wir die Vorgänge im Inneren der Werkzeugmaschine. Wir kontrollieren Temperaturschwankungen, analysieren die Wirkung der Kräfte, registrieren selbst minimale Schwingungen in den Baugruppen und ermitteln kontinuierlich den Schmierstoffbedarf. Die Bedienoberfläche Celos wird hierbei zur zentralen Schnittstelle. Sie bereitet die Daten auf und liefert dem Anwender permanent präzise Informationen über den aktuellen Status des Produktionsprozesses. Das Ergebnis ist maximale Wertschöpfung durch höchste Fertigungsflexibilität. Ermöglicht durch wegweisende konstruktive Kommunikation in einem komplexen Umfeld. So formen wir gemeinsam und intelligent vernetzt die Technologie von morgen. Maschine 4.0 – die vollständige Vernetzung der Maschinen mit der Betriebsorganisation. DMG Mori – Kooperation stärkt Innovation.